Was sind eigentlich juristische Auslegungsmethoden? Bevor wir uns die Auslegungsmethoden im Einzelnen näher ansehen, wollen wir uns zunächst einmal fragen, wozu wir juristische Auslegungsmethoden eigentlich brauchen. Kurz gesagt, sind die juristischen Auslegungsmethoden das juristische Handwerkszeug schlechthin? Wenn Sie sich die einzelnen Normen einmal anschauen, dann werden Sie feststellen, dass diese Normen bzw. die Voraussetzungen der Norm, also die Tatbestandsmerkmale, ausgelegt werden müssen. Die Auslegung dient also der Ermittlung des Sinngehalts einer Norm. Durch Auslegung ermitteln wir die Definition eines Tatbestandsmerkmals und durch Auslegung ermitteln wir das Verhältnis von zwei Straftatbeständen zueinander. Beachten Sie aber, dass die Auslegung dort endet, wo Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz beginnt. Das heißt, im Einzelfall muss man sich immer fragen, ist das, was man im Rahmen des Findens einer Definition zum Beispiel tut, noch zulässige Auslegung oder schon verbotene Analogie? Zu den Prinzipien, die sich aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz ergeben, haben wir ein eigenes Video erstellt. Schauen wir uns jetzt also mal an, welche Auslegungsmethoden es eigentlich gibt. Gut, kurz gefasst, den Wortlaut, die Historie, die Systematik, den Telos und die Verfassung. Gehen wir nun in die einzelnen Auslegungsmethoden einmal etwas genauer hinein. Sie starten in einer Klausur immer mit der grammatikalischen Auslegung, das heißt mit dem Wortlaut des Gesetzes. Bei dieser Auslegung wird der Sinngehalt einer Norm bzw. eines Tatbestandsmerkmals anhand des natürlichen und juristischen Sprachverständnisses ermittelt. Wenn wir also einen Täter haben, der den Kopf des Opfers gegen eine Wand schlägt, dann können wir uns fragen, ob das eine gefährliche Körperverletzung mittels eines gefährlichen Werkzeuges ist. Aus dem natürlichen Sprachgebrauch ergibt sich, dass unter Werkzeuge sicherlich nur bewegliche Gegenstände zu fassen sind. Und daraus abgeleitet könnten wir argumentieren, dass ein unbeweglicher Gegenstand wie eine Wand kein gefährliches Werkzeug ist. Sie sehen daran schon, dass dem Wortlaut des Gesetzes eine Begrenzungsfunktion im Hinblick auf Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz zukommt. Bei der historischen Auslegung befassen wir uns mit dem Willen des Gesetzgebers. Hier wird der Sinngehalt einer Norm bzw. eines Tatbestandsmerkmals anhand der Entstehungsgeschichte des Gesetzes ermittelt. In der Regel schauen Sie dafür in die Bundestagsdrucksachen hinein und schauen sich, welchen Sinngehalt der Gesetzgeber dieser Norm geben wollte, aus welchem Bedürfnis heraus diese Norm entstanden ist. Da Ihnen diese Bundestagsdrucksachen in der Klausur in der Regel nicht zur Verfügung stehen und Sie in der Regel den Willen des Gesetzgebers auch nicht mehr kennen, kommt dieser Auslegung in dieser Situation eine untergeordnete Bedeutung zu. Als dritte Auslegungsmethode kennen wir die systematische Auslegung. Bei der systematischen Auslegung geht es um den gesetzlichen Zusammenhang. Hier wird der Sinngehalt ermittelt anhand der Stellung der Norm im Normgefüge bzw. wir fragen uns, ob das Tatbestandsmerkmal, das es zu definieren gilt, eventuell in anderen Normen vorkommt und wir fragen uns, ob diese Definition übertragbar ist. Wenn Sie sich also den Klassikerstreit Verhältnis der Tötungsdelikte zueinander einmal vornehmen, dann ergibt die systematische Auslegung, dass der Mord vor dem Totschlag im Gesetz geregelt ist und dass dies für eine Qualifikation, so nämlich die Literatur, unüblich ist, denn Qualifikationen stehen in der Regel hinter den Grundtatbeständen. Das heißt, wir ziehen die systematische Auslegung heran, um zu bestimmen, ob der Mord ein eigenständiger Straftatbestand ist oder eine Qualifikation. Kommen wir damit zur wichtigsten Auslegungsmethode, nämlich der teleologischen Auslegung. Bei der teleologischen Auslegung geht es um den Sinn und Zweck. Das heißt, der Sinngehalt einer Norm bzw. eines Tatbestandsmerkmals wird anhand des Schutzzwecks der Norm ermittelt. Wir fragen uns, welches Rechtsgut soll vor welchen Bedrohungen aus welchem Grund geschützt werden? Wenn Sie sich einmal den 244 Absatz 1 1a anschauen, dann werden Sie feststellen, dass ein Dieb nicht nur maximal fünf Jahre Freiheitsstrafe zu erwarten hat, sondern plötzlich maximal zehn Jahre Freiheitsstrafe zu erwarten hat, wenn er ein gefährliches Werkzeug bei sich führt. Er muss es also nicht verwenden. Er muss noch nicht einmal die Absicht haben, es zu verwenden. Er muss es nur bei sich führen. Und jetzt ist streitig, wie der Begriff des gefährlichen Werkzeugs zu definieren ist. Das muss durch Auslegung ermittelt werden. Und wenn wir uns den Sinn und Zweck einmal anschauen, dann stellen wir fest, dass der Strafgrund wohl das Eskalationspotenzial ist. Daraus abgeleitet, könnte man sagen, ein gefährliches Werkzeug ist ein solcher Gegenstand, der dieses Eskalationspotenzial besitzt. Und das ist immer dann der Fall, wenn er waffenähnlich ist. Im Rahmen der teleologischen Auslegung sind auch kriminalpolitische Aspekte zu berücksichtigen. Kriminalpolitische Aspekte sind immer dann zu berücksichtigen, wenn zum Beispiel der Strafrahmen besonders hoch ist. Stellen Sie sich vor, ein Täter nimmt einen nicht in seinem Eigentum stehenden Strohballen und zündet den auf einem menschenleeren Parkplatz an. Jetzt ist außer dem Strohballen nichts anderes gefährdet worden. Da es jedoch eine Brandstiftung war, könnten ihn zehn Jahre Freiheitsstrafe erwarten. Und jetzt geht man hin und überlegt, ob nicht eine teleologische Restriktion in Ansehung des hohen Strafrahmens angezeigt ist. Schließlich als letztes muss noch die verfassungskonforme Auslegung beachtet werden. Wenn Sie also zum Beispiel eine Definition gefunden haben, dann müssen Sie sich fragen, ob diese Definition mit dem Grundgesetz vereinbar ist, also zum Beispiel dem Bestimmtheitsgebot genügt, Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Bei der lebenslangen Freiheitsstrafe bei § 211 StGB haben die Gerichte sich gefragt, ob lebenslang im eigentlichen Wortsinn eigentlich mit der Menschenwürde vereinbar ist und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass dies nicht der Fall ist, weswegen eine Bewährung in § 57a geregelt wurde. Kommen wir damit abschließend zum Ergebnis. Die juristischen Auslegungsmethoden sind das juristische Handwerkszeug. Es gibt die grammatikalische, historische, systematische, teleologische und verfassungskonforme Auslegung.